Wunderschönen guten Tag, es geht weiter mit Ghost War, Ghost Recon Whitelands, mit Alex und Dalu. Hallo. Yo, yo, das ist Close Combat jetzt. Wir haben zwei Sniper. Ich hab X an den anderen genommen. Ja, aber der andere hat den Stadard-Sniper. So ein Rushman, das wäre hier vielleicht... Ne, das wäre doof. Ne, das passt einfach nicht. Wenn man die Map gerade so sieht, wegen der Stadt da oben, das wäre schon cool, da noch reinzurutschen. Aber ich glaube, Stadtkämpfe gibt es hier weniger. Weißt du, was ich hier ganz awesome finde? Die können einfach ihre Riesenwelt nehmen und einfach ein Viereck auf Sachen ziehen und sagen, das ist die Map. Naja, das ist richtig. Hier ist die Map, hier ist jetzt eine neue Map. Da gibt es bestimmt noch mehr. Ja, also die eine City, die wir hatten, wo der Typ geschrieben hat, Bad Aim Paul, das war aus dem ersten Kapitel. Also aus dem Beta-Kapitel. Deswegen, die Stadt kannte ich dann. So, ich glaube, dass es hier schnell zur Sache geht. Oder halt schnell Snipern, ne? Also vielleicht gar nicht so offen hinrennen, weil... Oh, das ist sehr offenes Blende. Ich sehe schon, welche laufen. Ich gehe ganz links lang. Mörser. Ach, das ist die Map, die hatten wir schon. Ich bin markiert. Zwei, drei. Die haben auch Hunter, Sniper. Okay, ich versuche die zu umgehen ganz links lang, ne? Muss hier runterkommen, muss hier runterkommen. Ziemlich akkurater Ping von mir gerade. Einer pusht rechts, glaube ich. Ja, der ist da. Hat einen guten Hit gekriegt mit meiner Sniper. Das ist Ranger. Ich habe die Drohne. Einer pusht links lang. Der richtige Sniper schießt auf mich. Keukert, sehr gut zufrieden. Vor dir Dalu. Am Baum. Geht da ne Call oder so? Der andere hat ihn getötet. Links, links ist eine close. Ach so, oh Gott, ja, das war der andere. Okay. Das war unser. Hab ihn nicht gesehen beim rübersteigen. Empfange Signal vom Aussehungsturm. Er ist fast vertief. Ich seh ihn. Er hat mich auch gesehen. Genau vor mir. Ich versuche zu pingen. Fuck, ping ist hängen. Ich bin gleich da, Alex. Ich bin jetzt in Range. Da, wo ich gepinkt habe ungefähr. Gehen wir drauf? Ja. Er guckt mich an. Unter Feuer, unter Feuer! Er hat auf mich geschossen. Ich pushe. Hast du ihn? Er lebt noch? Er lebt noch. Haben wir. Wie wir beide in Deckung gehen. Nein, wir sind nur noch. Ich bekämpfe die Leiche. Durch den Sniper. Obwohl, nee, dann. Warte, ich nehme meine Drohne jetzt nochmal. Der steht doch. Zu den Holzstämmen müssen wir kommen. Nur das reicht, glaube ich. Meine AK ist halt einfach ein Spray. Ja, da hinten ist er. Ja, da hinten. Okay, ganz da hinten. Die Drohne ist schnell gehabt. Da ist hinter den Holzbalken. Ich mache einen Spot auf mich, dass er denkt, dass ich fahre das. Da, Lu. Ich laufe genau in der Mitte von euch. Ja, er guckt zu mir. Habe ich gehintet? Ja, ich rush weiter. Oh, das war ein Header. Das war ein Header. Stimmt. Jetzt habe ich ihn. Er war angeschossen schon vorher. Er war trotzdem in Header. Ja, ja. Ich meine, wir wissen nicht, ob es one-hitted ist. Macht sogar ein echt fieses Geräusch. Also es war so ein Flatschgeräusch. Das ist ja geil mit dem Spotten, dass er direkt auf mich dann geht, ne? Obwohl, er müsste eigentlich so schlau sein und wissen, er hat nichts gemacht und auf einmal ist einer gespottet. Ja, vielleicht hast du geschossen oder so. Ne, ich habe gespottet. Ich habe so die Fähigkeit auch. Ja, aber weißt du was? Vielleicht denkt er, du wurdest gespottet, weil du geschossen hast, weil ein anderer dich gecallt hat. So irgendwas. Das ist schon gut, aber so hat er auf dich gezielt und ich konnte ihm halt einen Schuss geben, weil er gerade abgelenkt war. Ich halte sogar einen Schuss aus, sogar von dem. Es reichte sogar, wenn du hinter einer Deckung bist. Er guckt ja trotzdem kurz zu dir. Ja, genau. Und in der Zeit kann ich ihn mir halt holen. Ach ja. Jetzt haben wir den High Ground. Ja, aber ich habe die falsche Sniper, aber unser Random hat das ja. Auf geht's. Und hier noch. Ich bin über diese doofen Zäune. Super, dass man so hoch springen kann. Ja, das ist echt gut. Das ist wie bei PUBG. Angedacht bei Torn. Hinter der Statue ist der. Links außen ist. Ist aber nicht der echte Sniper. Mörser kommt. Der Mörser Drohne ist down. Ich weiß nicht, ob er gezündet hat. Hat er. Einer pusht mich vor. Nein, ich zündet mich. Einer pusht zum Haus vor. Ich push entgegen. Ich bin wieder bei dir, Alex. Ja, irgendwo ist hier einer hinter dem Haus. Ich bin schon. Wunder. Kunde hast du den hedonischen Weg, oder? Bei mir ist einer. Bei mir ist einer. Wo bist du? Das war der, der nicht gesehen habe, glaube ich. oh gott war der schlecht geschossen aber ich hab ihn sniper ist immer noch an der startour wenn du wieder deine grunde ready hast habe ich sniper ist ein ziemlich akkurater ping guck mal ihr rechts wieder von uns ich habe steps gehört war gerade mein problem einer ist links oben auf dem berg ja die animationen kann ubisoft aber auch der sniper hat einen erwischt der richtige sniper wieder von den richtigen sniper ein hp ihr seht es der muss sich heilen gehen kann nicht hinschießen ist hinterholz dafür hat der andere mich jetzt dann gerefragt nicht rausgehen er ist immer noch außerhalb der map da oben ist er links von dir Alex du hast ihn gesehen kurz über dir links denk an den anderen sniper der schießt auf dich geh weiter rechts einen schritt noch ok aufklärung wieder online gut wer ist das und rand alter ich habe den namen nicht gesehen weil ich geimpft war wo ist der typ? hast du drohne? ne die können jetzt natürlich ihren in dem sniper muss sich heilen gegangen sein an dem punkt. bist du draußen? geh doch zu unserem mate kundran vielleicht nicht zu mir. ich will den pushen hier. du weißt ja nicht mal mehr ob er noch da ist. so viele büschel hier. die kannst du nicht pushen. das ist unmöglich. da ist er. das ist aber der normale sniper. warte. ja ja das ist der andere. einmal muss er nur gucken. er ist immer noch low. da willst du der heal kiste. wird er nicht schaffen. und der andere hat einen auf dem gebäude drin. in dem gebäude? welches? ja in dem großen. markieren. einfach mit crew markieren einmal. reicht doch. du könntest mich dann aufheben vielleicht. ach ich seh den anderen. markier mal mit crew. ich bin gleich wieder da. hier hin. vor mir. genau vor mir. oh ist links rum gegangen. scheiße. du müsstest ihn gesehen haben oder? ah ne es war der random sniper hier. ne ich bin am leben nur. der war gerade eben genau vor mir. ich weiß nicht wo er hingerannt ist. vielleicht nach rechts weg. ja rechts. loll. da hast du es explodiert. das hat mir die gesamte sicht genommen. ja der ganze zauber. nein. loll. ich habe echt oft getroffen. ich habe ihn echt oft getroffen. ja pistole brauchst du nicht. es war keine pistole. es ist meine ak. also meine. ich habe eine assault rifle und eine sniper rifle. dafür ist die ak. ganz schön leise. ja nein. es ist eine assault rifle. ja. also es ist keine. ich nehme aber wieder den anderen. ich nehme aber wieder den richtigen sniper. den einen wo ich den sniper anschießen konnte. obwohl ich da diesen freien schuss drauf hatte. habe ich ihn halt fünfmal getroffen. und der hat halt noch ein hp. und mit dem anderen sniper. wäre halt one shot gewesen. also es macht. das war. da finde ich die besser einfach. da habe ich mich gerade was da bei kundran explodiert ist. das war. da stand irgendwie so ein generator. glaube ich. also ich habe auf ein explosives fass geschossen. aber das war bevor kundran gepusht hat. ne. irgendwo stand ein generator vor mir. und durch den habe ich halt nichts mehr gesehen. und durch den habe ich halt nichts mehr gesehen. danach. jetzt aber. richtige sniper. wir sind wieder oben. ne. unten. oder was ist für dich oben. für mich ist die bergseite oben. die stadt unten. stadt ist für mich oben. hör mal den berg da innen an. ne. hier auf der map ist es wieder anders rum. das gehäuse. auf der mini map jetzt. also doch. ne. ist richtig rum. nord ist oben. ich bin für mich unten. holy fuck. wurde direkt angeschossen. die drohne ist oben. ab einen. das war der. na gut. kann halt wieder aufgeroben werden. mörser. er hat den mörser noch losgelegt. na ja. hört man das ist pum pum. sag wenn wir deine drohne ready hast na. dauert noch. boah das übersteigen ist manchmal echt langsam. wurde gespottet. in irgendwas. hast du die? drohne ist weg jo. drohne von mir kommt jetzt. doch wurde der nicht aufgehoben der eine. äh unten beim holz schon. da zwei. einer fehlt noch. hier drin. bei mir drin. in der holzhütte. in dem sägewerk. jo. wenn nicht. jetzt kannst du mich aufheben. da hab ich nicht mit dem gerechnet. ja gut. was heißt so schnell wie sie. die runde geht schon ein bisschen. der sniper hat jetzt wieder den timer. und es war. da. ich spotte mich einmal. draußen nicht. nicht. ich spotte mich. ich spotte mich. ein bisschen baum geflogen. schön schön. nächste runde. nächster sieg. leute wenn es euch gefallen hat. lasst gerne ein like da. ja. und wir sehen uns auch nächste mal wieder. haut rein. ööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Vielen Dank.